Hier kommt der Gyros-Schichtbraten. So einfach war noch nie Gyros machen, Freunde. Und saftig ohne Ende. Ja, ihr nehmt hier Schweinenacken, würzt es mit Gyros-Gewürz. Ja, schöne ordentliche Portionen. Eine Kuchenform, eine Brotbackform. Und ein paar Schnüre rein. Dann immer Feta, Zwiebeln und so weiter alles schichten. Ja, sieht das nicht gut aus. Ja, und dann knotet man alles zusammen und... Da ist er auch schon, Freunde. Ja, und jetzt kann er einfach ab auf den Grill. Nightshoo... Nightshoo schnappen. Ja, sonst verbrennt man sich die Pforten. Ja, hier Kohle, Indirect Heat machen hier. So eine Auffangschale rein, ein paar Bierchen rein. Zum Dämpfen. Geht auch alles im Backofen. Hier, ich räuchere das Ganze noch ein bisschen. Gitter drauf und dann... Oh, da ist das Monster. Ja, und dann, Freunde. Bisschen ballern lassen, genaue Infos wieder in der Infobox. Oh, sieht das gut aus. Ja, da will man gerne mal anschneiden. Und, Freunde, was haltet ihr von meinem Gyros-Braten? Schnappt ihn euch.